Der zweite Halbzeit-Marathon von 24. Ich bereue jeden Fehler, den ich begangen habe. Aber wissen Sie, was ich am meisten bedaure? Dass diese Welt Leute wie mich überhaupt brauchen. Alle Regeln außer Kraft gesetzt. Jonas Hodges ist im Besitz von extrem gefährlichen biologischen Kampfstoffen. Alle Skrupel aus dem Weg geräumt. Ich soll einen Haufen FBI-Leute in die Luft jagen. Ist das ein Problem für dich? Alle Grenzen überschritten. Es ist eine biologische Waffe. Wenn sie hochgeht, gibt es sehr viele Tote. Ich habe eine Bombe! Nein! Folge 13 bis 24 der aktuellen Staffel. Nordstom. Der zweite Halbzeit-Marathon von 24. Am Samstag ab 14.30 Uhr auf Premiere 4.